Hallo Christoph. Hallo Buddy. Buddy, ich habe eine Frage an dich. Ich versuche dich schon seit einiger Zeit zu stalken, doch finde ich nichts über dein Privatleben, weder Name noch Herkunft. Versuchst du, deinen Charakter und dein Privatleben zu trennen, oder willst du einfach die Illusionen deiner Charaktere aufregt erhalten, indem du für Schweigste seinen Personen dahinter gibt? Deine Antwort darauf wird mich interessieren. Vielen Dank. Lubos, ich grüße dich, Lubos. Was passiert, wenn man zu viel Preis gibt, haben wir bei Silvio gesehen, Berlusconi, die haben noch andere Beispiele, Nadel zum Beispiel, das hatte ich auch kurz gemanagt. Die wollten mir zu viel Preis geben und bei Diogen ist im Endeffekt auch als Korpus nur eine Utopie. Das ist ein Schleier und ein Geist, praktisch in einer Figur. Und das hängt damit zusammen, dass wir den schützen. Das machen wir ganz bewusst, dass wir eben nicht irgendwelche Leute nach dem Büro drinne kommen und hier uns irgendwie zu bombardieren mit Fragen. Das ist alles Schöne, das ist Medien-Forrounding und Medium hier, Medien-Saving. Wir saveen unseren Charakter, unseren Schauspieler, damit der die Ruhe hat zum Schreiben, zum Drehen, zum Vögeln, was immer der auch machen will. Und da sind wir, die Henne am Küken. Seri, ne? Schönen Abend dir oder auch dir einen schönen Tag? Ist ja, wie gesagt, ist ja alles zeitlos heute. Ist ja alles zeitlos. Wann weiß ich denn, wann der das gedreht hat? Ich weiß es doch nicht. Im Hintergrund ist ja Licht, aber es kann ja auch nachts gewesen sein. Deswegen sage ich einfach, schönen Tag oder schönen Abend. Ja, ich weiß es nicht.